TV über Regional Ja, also mein Name ist Timo Teufert, ich bin der Vorsitzende vom Verein der Vogelfreunde und wir betreiben hier in Rauenberg einen drei Hektar großen Tierpark und haben heute eine Informationsveranstaltung gehabt, weil wir nach neuen Mitstreitern, Helfern und Aktiven suchen. Das machen wir halt alles nur nebenbei. Und wenn ich morgens hier bin, setze ich mich dann abends nach meiner Arbeit nochmal hin und melde halt, wie viele Ziegen wir haben. In einem sehr vielfältigen Bereich, wo man uns unterstützen kann, einfach in der Bevölkerung, dass die sagen, ja, okay, das ist unser Park und wir möchten den auch gerne erhalten. Mein Name ist Axel Rössler, ich bin Mitarbeiter im Tierpark Rauenberg. Ich bin für die tägliche Tier- und Parkpflege zuständig. Herr Teufert, was hat heute stattgefunden? Wir hatten einen Informationsabend, weil wir dringend neue Helfer brauchen. Wir haben durch Wegzug und Krankheit sowohl in unserem Helferteam als auch bei uns im Vorstand eine personelle Notlage. Wir betreuen im Moment zu fünft diesen großen Park. Und da wir das auf Dauer nicht alleine schaffen, brauchen wir dringend weitere Interessierte, die uns hier bei unserem Kraftakt unterstützen. Wenn die sagen, wie wollt ihr das denn, also warum sollen wir euch denn das Geld geben, ja? Ich möchte das schon erhalten. Ein Signal jetzt mal an den Gemeinderat. Oder Jugendbetreuung. Wir haben inzwischen in unserem Streifel so, 30 Politik jetzt angreifen, von meiner Seite aus, was jetzt die Gemeinde oder die Stadt hier in Rauerberg anbelangt. Da bin ich positiv überrascht, was die Gemeinde hier mit einbringt. Die Toiletten müssen auch gereinigt werden. Also von dem her gesagt, es gibt echt so unendlich viele Dinge zu tun. Also ich würde vorschlagen, wenn ihr mit einverstanden seid, können wir mal eine Runde machen. Auch mal so sagen, dass du das vielleicht ein bisschen dokumentieren könntest, wer einfach bereit wäre, was zu tun. Und wenn jemand schon was weiß, was er tun könnte, kann er das natürlich auch dazu sagen. Also wenn ihr damit einverstanden wärt, würde man das mal kurz durchmachen. Und sei es auch in die Richtung Akquise, Spenden, Mitgliederwerbung, wie auch immer. In die Richtung einfach auch in Zusammenarbeit mit Kindergärten, mit der Grundschule hier, was man da machen kann. Ich bin ja auch gern bereit, irgendwie ein bisschen zu investieren. Mir geht es immer so, wenn ich sehe, wer hier Kindertouren macht und sich da auch irgendwie ein, zwei Stunden die Woche aus dem Rippen schneidet oder auch ehrenamtlich hier Fußballtraining für die Kinder oder wie auch immer, dann denke ich, naja, das kriege ich irgendwie auch gewachsen. Die Zukunft für den Tierpark, was ist da heute beschlossen worden? Wir haben erst mal gar nichts beschlossen. Wir haben versucht, möglichst viele Rauenberger zu animieren, uns hier zu unterstützen. Und so wie ich das sehe, ist uns das eigentlich auch ganz gut gelungen. Es waren 40 Leute da und der hat der Großteil seiner Bereiche, die Gemeinschaft signalisiert, in irgendeiner Art und Weise bei uns mitzuarbeiten. Ich weiß noch nicht was, aber da ist das Thema, man setzt sich zusammen und knobelt was aus. Also an einem Vormittag schaffe ich bestimmt drei bis vier Stunden. Perfekt. Bei der SAP mal so ein paar die Rauenberger mobilisieren versuchen. Da gibt es ja viele, die hier sind und vielleicht können wir da nochmal was machen. Und wenn ihr irgendwie Richtung Vision oder auch Zielgruppen orientiert, also mal überlegen, wie können wir denn die Rauenberger einbinden, die Zielgruppe, die jeweils kommt, eine Befragung oder die Idee zu finden, was wäre denn so, dass, ich weiß nicht, in meinem Wirtschaftsmachen oder sowas, kann ich gerne, in dem ich gerne initiieren oder so machen oder helfen. Ich weiß nicht, wie man es jetzt aufschreiben soll, aber das ist eher meine Stärke gewesen. Wenn wir Visionen schreiben, wissen wir, glaube ich, alle Bescheid. Unterstützung durch die Stadt Rauenberg. Wir werden durch die Stadt Rauenberg mit einem monatlichen Zuschuss unterstützt. Der hilft uns schon sehr weiter, aber der deckt nicht unsere Kosten, die hier tatsächlich anfallen. Deswegen sind wir darauf angewiesen, möglichst viele neue Mitglieder auch für unseren Verein zu gewinnen, damit wir hier einfach auch kostendeckend arbeiten können und der Tierpark auch finanziell eine Zukunft hat. Wie viele neue Mitglieder oder wie viele Helfer pro Monat werden etwa gesucht? Es werden natürlich so viele Helfer wie möglich gesucht. Einfach, wir sind aktuell zwei Stabenhelfer und werden in der täglichen Arbeit teilweise noch durch die Vorstandschaft unterstützt, die eh schon genug Arbeit hat. Natürlich, je mehr Helfer dazukommen, desto leichter hat es jeder einzelne Helfer. Deswegen sind wir eine große Helferanzahl dankbar. Und zurzeit fehlen viele? Zurzeit fehlen sehr viele Helfer. Wie gesagt, wir sind zwei Stammhelfer, die sich um die tägliche Tier- und Parkpflege von drei Hektar kümmern. Und das ist einfach viel zu wenig. Finanzielle Unterstützung durch Sponsoring. Wir freuen uns natürlich über jeden, der uns finanziell unterstützen möchte. Wir sind als Verein vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt und so kann man auch spendensteuerlich geltend machen. Wir haben hier heute auch mit den Interessierten darüber gesprochen, welche Möglichkeiten es gibt, wie einzelne von diesen Interessierten auch in der Sponsorenwerbung aktiv werden können. Die Idee, dass TV-Übergenal einmal im Monat filmt, Werbepartner mit auf den Film draufnimmt und von den gezahlten Werbekosten 80 Prozent an den Verein gehen, monatlich. Wie ist die Idee? Das ist eine sehr gute Idee. Wir haben davon heute erfahren, dass das möglich ist. Wir freuen uns natürlich, unseren Tierpark zum einen nach außen, auch per Video darstellen zu können und natürlich auch da eine finanzielle Zuwendung zu bekommen. Das ist eine super Idee. Was liegt Ihnen am Herzen, den Zuschauern mitzuteilen? Also wir haben hier ein wirkliches Kleinod im Herzen von Rauenberg und wir würden uns wünschen, dass ganz viele Leute noch bei uns aktiv werden. Man kann das in vielfältigster Art und Weise sowohl im Vorstand administrative Aufgaben übernehmen, feste planen, Arbeitseinsätze koordinieren. Aber wir brauchen auch die Anpacker, die hier im Tierpark aktiv werden, die sich um die Wege kümmern, Hecken schneiden, Bäume schneiden oder vielleicht sogar die Tierpflege übernehmen. Da sind wir für alles Offene und Interessierte, können sich da gerne an uns wenden. Facebook-Adresse? Wir sind zu erreichen bei Facebook unter www.facebook.com slash Tierparkfreunde oder auch per Telefon 06222 5719612. Webseite? Unsere Webseite, das haben wir heute hier auch angesprochen, befindet sich noch im Aufbau. Wir suchen da dringend Leute, die sich einbringen wollen. Unsere Internetadresse ist www.tierpark-rauenberg.de Was liegt Ihnen am Herzen, wenn Helfer kommen? Also die Helfer sollen sich nicht unter Druck gesetzt fühlen, sie sollen sich wohlfühlen, sollen sich in den Park einbringen, so wie sie es können und es möchten. Uns liegt es am Herzen, dass sie vielleicht auch ihre Ideen verwirklichen können, den Park etwas voranbringen und sich wirklich ausleben können, so wie sie es wollen. Natürlich auch mit der Absprache von uns. Thema Füttern. Was ist No-Go, das die Tiere töten könnte? No-Go ist Fremdfütterung von außen, egal in welcher Art, weil die Tiere werden von uns gefüttert. Wenn man die Tiere füttern möchte, dann gibt es unsere Futterautomaten. Da sind spezielle Pellets drin, die für die Tiere gut verträglich sind. Was darf man den Tieren niemals geben? Man darf ihnen auf keinen Fall Brot geben, aber auch sonst eine Fremdfütterung ist nicht erwünscht. Das ist noch schlimmer als vor mir ein. Aber trotzdem denke ich, dass ich so ein- bis zweimal pro Woche noch so zwei Stunden dranhängen kann. Ich kann mich da auch einbringen, wenn irgendwie Baumaßnahmen oder handwerklich was gemacht werden muss. Immer gut. Dann kann ich da mit helfen. Ein Supermauerbauer. Unregelmäßig mit helfen. Ja, der Herr Dr. Neck ist ein Supermauerbauer. Nur Trockenmauer. Mache ich mal weiter. Es gibt doch noch ein bisschen Probleme, oder was man unterstützen kann mit dem Essen bei der Tafel. Das ist noch zu holen, oder was? Wie ist das eine Möglichkeit? Oder wie wird das gehandhabt? Ja, also wir fahren inzwischen nur noch zweimal die Woche. Ich habe inzwischen auch eine WhatsApp-Helfergruppe gegründet. Natürlich hat nicht jeder ein Smartphone und auch nicht jeder WhatsApp. Aber wenn vielleicht auch der eine oder andere bereit wäre, sich da aufnehmen zu lassen, ich schreibe da immer rein, wann was zu tun ist oder ob jemand bereit wäre zu helfen. Natürlich auch teilweise mit unterschiedlichen Uhrzeiten, beziehungsweise Uhrzeiten, die man sich selbst raussuchen kann, dass ich einfach eine Aufgabe rein stelle. Ich habe auch Gruppenregeln erstellt, dass zum Beispiel kein Schund in der Gruppe geschickt wird. Falls vielleicht da auch noch der eine oder andere bereit wäre, sich da aufnehmen zu lassen, kann auch gerne auf mich noch zukommen. Vorher ist es gut. Ich bin eigentlich rund direkt im Eierhäuse. Also kurzfristig kann man immer was machen. Nur ich will mich nicht festlegen. Genau. Es ist auch so, es soll sich keiner genötigt fühlen und es soll sich auch keiner schlecht fühlen, wenn ich zehnmal was reingeschrieben habe und er hat zehnmal nicht geantwortet. Dann hat er halt keine Zeit gehabt. Ich bin da auch wirklich kein Böses, sondern ich bin dann froh, wenn er sich vielleicht beim 11. 12. oder 13. Mal melden. Oder vielleicht natürlich auch beim ersten Mal. Dann bin ich umso glücklicher. Aber wie gesagt, da soll sich keiner verpflichtet fühlen. Das ist einfach nur ein Hinweis. Es ist was zu tun. Ja, ihr könnt uns helfen. Unsere Vision für den Tierpark hier ist, dieses Kleinod zu erhalten und zu modernisieren, für alle attraktiv zu machen, aber insbesondere für Familien. Wir haben hier vor zwei Jahren einen ganz tollen Spielplatz aufgebaut und es wäre wirklich schade, wenn das hier nicht weitergeht. Und wir hatten heute auch bei den Interessenten jemanden dabei, der uns unterstützen möchte, unsere Vision noch weiterzuentwickeln. Einfach, um hier einen tollen Ort zu erhalten, der sehr beliebt ist. Ja, es wäre einfach schön, wenn sich wirklich Helfer melden würden, die dann einfach mit Freude dabei sind und uns unterstützen, den Park voranzubringen. Es wäre schön wirklich, wenn der Park gesteigert wird von der Attraktivität für die Kinder, dass sie mit Freude herkommen, die Tiere begutachten können, etwas lernen. Und so versuchen wir einfach, dass wir den Park weiterentwickeln können. Ich habe unsere Arbeit hier von Anfang an angelegt, dass wir nachhaltig arbeiten. Dieser Park ist kein Selbstläufer und keine Selbstverständlichkeit. Es ist wirklich so, wenn es unseren Verein und uns als Aktive nicht geben würde, dann würde es diesen Park auch nicht geben. Und deswegen sind wir einfach auch auf die Hilfe von außen angewiesen. Wir alleine schaffen das nicht mehr, dieses große Areal zu bewirtschaften. Und deswegen brauchen wir Hilfe, Ihre Hilfe. Wahrscheinlich wird mich der Herr Bürgermeister Seidl auch fragen, wie der heutige Abend verlaufen ist. Und dann werde ich mit Begeisterung erzählen, wie das hier heute Abend war, wie viele Leute sich auch jetzt bereit erklärt haben, mitzuarbeiten. Ich denke, das ist ein voller Erfolg. Und ich werde auch im Gemeinderat weiterhin dafür kämpfen, dass dieser Zuschuss, und ich glaube an den Zuschuss, der jetzt gezahlt wird, da habe ich schon einen sehr großen Beitrag, denke ich, geleistet, dass der überhaupt gezahlt wird. Ich werde auch weiter daran arbeiten, jetzt nicht nur, dass die finanziellen Mittel fließen, sondern auch, dass der Gemeinderat sieht, dass hier sich was bewegt und dass es weitergeht und dass hier Leute sind, die aktiv mitarbeiten und dass da auch eine Zukunft für ein Tierpark sein wird. Dafür werde ich kennen Sie. Bitte teilt mit, dass dieser Park keine Selbstverständlichkeit ist. Er ist nur da, weil ihr aktiv seid, nicht das Bürgermeisteramt. Was soll ich jetzt da facken?